In meinem letzten Video habe ich noch darüber gesprochen, dass das DICE Team irgendwie nicht aktiv geworden ist bezüglich Updates für Battlefield 2042 und was ist nun passiert? DICE veröffentlicht 3.1.2. Also ich habe ja immer Pech mit dem Timing. Vorweg dürft ihr die Sache nicht verwechseln. Hierbei handelt es sich um das Update 3.1.2, also in kurzer Form 3.1. Dieser beinhaltet nicht das Klassensystem sowie die überarbeitete Version von Breakaway. Denn dieses enthalten in Update 3.2 und diese kommt auch etwas später. Wofür würde ich das sonst eingeladen? Was aber dieses Update beinhaltet, werden wir jetzt mal kurz schnell durchgehen. Es wurden 6 neue Waffen ins Arsenal von Battlefield 1942 hinzugefügt. Also wenn ihr 1942 spielt oder wieder eine Playlist kommt von DICE und EA wie zum Beispiel Age of Rush, könnt ihr bei Battlefield 1942 6 neue Waffen ausrüsten. Es wurden ebenfalls viele Balanceänderungen an Waffen und Fahrzeugen vorgenommen. So wurde die 50mm Kanonen Munition für die Lufttransportfahrzeuge von 8 auf 10 erhöht. Schwere Fahrzeuge erleiden jetzt zum Beispiel 50% weniger Schaden. Leichte Fahrzeuge hingegen erleiden jetzt etwa 25% weniger Schaden. Das Aufladen von Hochleistungskanonen wurden von 0,8 auf eine Sekunde erhöht. Sowie viel mehr Anpassungen, die ich jetzt nicht unbedingt hier vorlesen möchte, weil viele können damit zum Beispiel gar nichts anfangen. Eine Sache, die mich aber wirklich erschrocken hat, war die Anpassung an der Shotgun MCS 880. Denn die wurde jetzt für Nahbereichszenarien verbessert. Dafür wurde aber die 12M Auto und die NVK S22 angegleicht. Also die sollten jetzt nicht mehr so überpowered sein. Ein weiterer wichtiger und auch interessanter Punkt ist, dass Battlefield Portal nun die Karte Speerhead, also Speerspitze, nun in der offiziellen Vorlage im Web Builder verfügbar ist. Darunter auch Conquest Hardcore und FFA und Team Deathmatch. FFA ist hierbei frei für alle. Ihr merkt, es ist nicht wirklich viel Veränderungen, was sie mit diesem Update hinzufügen. Aber es sind einfach einige Sachen, die zum Beispiel nicht wirklich richtig funktioniert haben und dies nun jetzt aber tun. Zum Ende schreibt DICE noch, neben der Überarbeitung von Breakaway und die Rückkehr des Klassensystems, könnt ihr im späteren Monat noch einige neue News erfahren von Update 3.2.0. Und ich habe euch natürlich gesagt, übernächsten Donnerstag muss ich mit dem Hund Gassi gehen und mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wie gesagt, auf morgen werde ich auf jeden Fall in Battlefield 1942 reinschauen, wegen den neuen Waffen und auch ebenfalls in 2042, um zu gucken, wie es jetzt läuft. Natürlich, das große Update kommt erst später und dann lohnt es sich auch wirklich erst wieder reinzuschauen, allein für Breakaway. Lasst mich aber gerne mal in den Kommentaren wissen, bist du gespannt auf morgen und vor allem auf die sechs neuen Waffen in 1942? Das würde mich wirklich interessieren. Vergesst nicht, ein Abo, ein Däumchen nach oben, ebenfalls die Glocke zu aktivieren, denn hier bekommst du die schnellsten Informationen rund um Battlefield. Ebenfalls kannst du das Video auch teilen per Via, Twitter, Instagram, WhatsApp oder was auch immer. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten und wir sehen uns. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.